Hier haben wir eine von den neuen, sehr reichhaltig dekorierten Violinen. Diese Instrumente haben eine Einlegearbeit in der Zarge. Das heißt, die sind, wie soll man sagen, ganz hübsch gemacht. Und zwar haben wir hier so eine florale Ornamentik. Und diese Ornamentik, die ist tatsächlich in die Zarge eingelassen. Das heißt, ausgeschnitten aus einem helleren Holz in dem Fall und dann in die Zarge eingelegt. Das gleiche gibt es auch nochmal sozusagen als negativ. Nämlich, dass man dann eben eine hellere Zarge und eine dunkle Blumenornamentik da drin hat. Und diese Geigen gibt es bei uns jetzt. Und wie immer die spannende Frage, wie klingt das gute Stück? Deswegen hier mal so ein paar Ideen. Und wie immer die spannende Frage, wie klingt das gute Stück? Und wie immer die spannende Frage, wie klingt das gute Stück? Und wie immer die spannende Frage, wie klingt das gute Stück? Untertitelung des ZDF, 2020